außerdem brauchen wir die dann ja noch für den farbstoff okay ich würde sagen wir haben ich würde sagen wir schlachten mal eben noch ein paar kühe sagen wir haben eigentlich genug aber stirb du kuh so nein ich sollte mal das schweck auspacken egal eine schaufel tut es auch kennt man aus jeden schlechten horrorfilm dass irgendjemand mit einer schaufel erschlagen wird jetzt wollte ich mir ein schwert bauen genau dann schon so wie es aussieht so wieder mal hoch professionell mich selbst eingezündet so macht man das richtig ist gut okay ob das leben nicht jetzt da hinten ist ein wüsten biome okay und doch uns müsste eine höhle oder so na ja da sollten wir uns vielleicht mal unten haben als schaufel ist fast kaputt nicht sehr gut okay habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen dass wir schon so nah dran sind ähm okay jetzt hier oben weiter gucken wir mal da ist schon mal kohle oh da ist der zomb oh ah ich werde weggepackt das war sehr schlau wieder mal jetzt passt die musik gerade auch ein bisschen okay also ich finde musik hat ein bisschen was gerade von medley solid und ich weiß nicht ob ihr medley solid gespielt habe aber das ist für mich das epischste game was überhaupt jemals gemacht wurde wenn man das so sagen kann das epischste game naja so wir haben schon mal eine relativ große höhle da bin ich mal gespannt ob wir hier ja gut oh direkt zwei zombies da unten und eine fledermaus ähm ja ja komm guck doch nicht so ach das sind glaube ich diese anderen zombies ja fledermaus ähm es gibt ja in dieser version ach ich habe nicht mehr äh nicht mehr hä ich habe keine fackeln mehr das würde ich sagen ähm es gibt ja in dieser version zombies die sachen aufheben können und ich weiß jetzt nicht ob das einer von diesen war ob da ist heißen ich muss aber jetzt mal gucken dass ich hier mal irgendwie nicht einfach irgendwo hinlaufe oh hat er mich ja fast erschreckt ähm ich bin mir jetzt gerade nicht sicher ob ich den satz zu ende gebracht habe oder nicht äh auf jeden fall äh wollte ich sagen dass es ja in dieser version zombies gibt die sachen aufheben können sowas wie rüstung und so weiter auch schwerter nehmen können und ich weiß nicht wie diese äh in diesem texturen pack aussehen oder wie die allgemein aussehen weil ich ja wie gesagt sehr lange Zeit kein minecraft gespielt habe und jetzt erst wieder damit anfangen ich muss mal gucken wie lang ich die episoden mache oder machen darf äh von youtube da gab es ja glaube ich eine begrenzung bin mir jetzt nicht so sicher ich denke mal also ich weiß jetzt nicht ob ich bei 15 minuten parts bleibe oder ob ich ähm ja 20 minuten parts oder sowas mache weil ich sag mal ähm minecraft kann man ja relativ viel spielen und alles was ich bauen will muss ich auch noch einiges an ressourcen für sammeln und da kommt bestimmt dann auch immer wieder was neues dazu also ich werde bestimmt äh ähm ähm also auch sehr viel mit redstone bauen weil ich das schon immer gemacht habe und ich redstone eigentlich ziemlich cool finde was man da so alles mit bauen kann und ähm also ich habe mir überlegt dass beispielsweise in der monsterfalle die ich dann irgendwann bauen werde halt auch ähm ähm schalter sind die dann zu einer äh ja sag ich mal kontrolleinheit führen wo ich dann sehen kann ach so da waren wir schon äh wo ich dann sehen kann auf welcher plattform gerade monster gespawnt sind und wo nicht und ja ich weiß noch nicht genau wie ich das ganze dann realisieren werde aber das wird sich dann zeigen wir sind hier gerade noch ganz am anfang da ist ja eine monsterfalle noch relativ weit entfernt und joa ja erstmal bauen wir auch nicht kohle ab weil wir es können und ich sollte mir vielleicht irgendwo mal eine kleine station oh was ist denn das wir können vielleicht noch mal schaden zufügen oder war es jetzt nur wegen dem fall aber nein ich glaube das ist noch ein pack in äh 4 3 nochmal auf jeden Fall doch mal eisen eisen können wir uns oh ach Mensch ähm könnten wir uns auf jeden fall bald anfangen mal eine rüstung zu bauen wenn man genug äußern gesammelt hat ich habe ganz früher als ich minecraft das erste mal gespielt habe äh und auch ein bisschen erfahrener war nie eine rüstung gebaut weil ich irgendwie der meinung war das ist äh ein bisschen unnütz hab mich dann aber immer gewundert warum äh creeper mich immer sofort mit einem schlag killen und dann irgendwann so ach ja eine rüstung wäre vielleicht doch nicht so schlecht so wir bauen noch mal kohle ab kohle ist so wichtig denn wie ich bereits erwähnt habe man kann nie genug kohle haben oh äh das war keine kohle außerdem gibt es dafür auch erfahrungspunkte und ich bin schon fast level 12 nicht schlecht mhm 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 ja ich glaube an die kohle der jetzt ganz oben will ich jetzt nicht unbedingt dran wie viel haben wir denn jetzt äh wir haben fast zwei stacks kohle das ist schon mal ganz ordentlich mhm auch da ist eisen 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 wie viel eisen haben eigentlich mittlerweile okay ich würde sagen kohle muss erst mal fast reichen Wir sind auch schon wieder fast an der Oberfläche So wie es aussieht Äh, super Spitzhack kaputt Perfekt Ähm, okay, was essen sollte ich Vielleicht auch mal eben Und dann werde ich Mal eben Eisen 33 Blöcke Eisen Also, äh, hier Ja, ihr wisst schon was ich meine 33 Eisenherz Ähm Packen wir einfach mal so rein Und dann, äh, gehe ich Mal weiter Äh, nein, tue ich nicht Weil, äh, ja Genau Vielleicht sollte ich mir aber mal eben Eine Käste bauen und wir Äh, achso Hab ich ja noch im Momentar Vielleicht mal ein bisschen ausfüllen Und erstmal hier ein grobes Lager aufschlagen So Ähm, ja Ich wollte gerade sagen Eine Holztür vorne Ja, gut Könnte man machen Aber Wie gesagt Wir spielen hier auf Schwer Oder auch auf hart Und da können die Mobs das Relativ leicht Kaputt schlagen Die Zombies Deswegen Müssen wir da ein bisschen Mehr aufpassen Wir haben ja gar keine Spitzhacke mehr Da ist ja die Workbench Ähm, packen wir erstmal dahin Entschuldigung, muss da gerade aufstoßen Ähm, eine Spitzhacke Plastersteine Wir müssen eigentlich mittlerweile hier genug Eisen drin haben Jupp Das sieht doch gut aus Und unsere Schaufel ist auch bald hinüber Das heißt Ich baue nochmal eben eine Neue Schaufel Und eine Kiste werde ich jetzt bauen Äh, eine Doppelkiste am besten Damit wir schon mal ein paar Sachen da drin lagern können Und nicht mit jedem Kram hier durch die Gegend laufen Ups Näh Das war Hä Okay Gut, also Das kann weg Das kann weg Oh, Steinachs brauchen wir gerade auch nicht Das brauchen wir nicht Kohle erstmal auch nicht Das ist Sand Äh, die Blumen und die Samen auch nicht Oh, naja, ich wollte nicht alle Kohle hier lassen Äh, die Eisenbahren nehmen wir mit Kies brauchen wir nicht Pflaster, ja gut Pflastersteine eventuell schon Falls wir das irgendwo rüber bauen müssen Das Bleck brauchen wir aber nicht So, die paar Eisenbahren nehme ich jetzt, äh, mit Eisenspitzhacke Da haben wir noch Erde Brauchen wir jetzt auch nicht Äh, sonst noch irgendwas Gut, fackeln Ja, dafür nehmen wir dann ja Achso, eine Holzschaufel haben wir auch noch Och, Mensch Was haben wir denn noch alles hier für Müll Okay, ich muss dann nur gucken Dass ich auch hier irgendwie wieder zurückfinde Äh, aber wir sollten uns mal eben Lieber Zwei Spitzhacken bauen Und noch eine weitere Schaufel Damit diese nicht Also, damit wir eine Ersatz Schaufel parat haben Wenn die dann kaputt ist Und ich würde sagen Wir lassen erstmal die eine Fast kaputte Schaufel in Ruhe Und reparieren die dann wieder Wenn es dann Oh, soweit ist Ah, okay Da haben wir noch Kohle Da nehmen wir halt auch nochmal eben ein bisschen mit So, aber jetzt fahre ich erstmal nicht so extrem Nach Kohle Oh Ich muss halt nur wirklich aufpassen Dass ich mich hier nicht verlaufe Sonst sind natürlich meine Sachen, äh Weg Oh Ein Zombie So 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 Wir sollten versuchen weiter nach unten zu kommen Und mal gucken Ob wir da irgendwo Diamanten sehen Oder Oh Was ist da denn los? So viele Zombies Hm Kledermaus Okay Na Was ist da denn? Ah, ich hätte noch mal eben einmal machen können Naja, habe ich jetzt nicht gemacht Hm Ne Na gut War nur ein Block Aber da ist noch einer Eisen Also Eisen ist, äh Sehr gut so abzufarmen Äh In Höhlen Finde ich Früher habe ich mir halt immer eine Äh Mine gebaut Und von da aus halt auch immer alles gefarmt Und Eisen war da relativ selten Liegt aber auch daran, dass ich mehr auf Diamantensuche war Die ganze Zeit über Und Redstone halt Und die sind ja etwas weiter unten Und Eisen kommt ja etwas weiter oben vor Genauso wie Gold Was, äh Natürlich Oh Verdammt Ähm Bin ich runtergefallen Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich schon Ja Ähm Ein bisschen Ah, ne doch nicht Okay Ich dachte gerade, ich würde meine Sachen nicht mehr wiederfinden Wir gehen jetzt einfach mal runter Ich sollte irgendetwas machen, um Oh Äh, um den Weg zu finden Und da ist nochmal Äh Hier Eisen Genau Das war das Wort, von nach ich gesucht hatte Am besten ist, ich sollte vielleicht mal Cobblestone Ähm Dahin legen, wo es lang geht Zu Ähm Na Zu meinen Sachen Äh Ich glaube, hier bin ich schon mal falsch Äh Würde ich behaupten Ich war jetzt gar nicht so weit davon weg Ich glaube, da ist der Gang Oder Äh Oder auch nicht Äh Nein Okay Da fängt es nämlich schon mal an Mit dem Fall auf Ups Das, äh Was merke ich Wo Oder war der jetzt hier hinten Da auf jeden Fall nicht Och Ist schon wieder mal angefallen Aber hier müsste der gewesen sein Jawohl Ähm Ich packe einfach mal Cobblestone Als Wegweiser Irgendwo hin So Und Da bricht er auch so Cobblestone hin Das heißt, wenn ich dann hier bin Dann weiß ich, dass ich Von daher komme So Äh Und ich wollte weiter runter Also hier lang Ist schon mal gut Vielleicht finden wir irgendwo ein paar Diamanten Oder Redstone Können wir mit dann schon mal Oh Creeper Creeper Oh Nicht hochgehen Ganz ruhig Na Bleib doch mal locker Ähm So Oh Was war denn hier Hm Ähm Eben Ein Block Da mal hinsetzen Sind wir irgendwie Schon in der Wüste Oh Auf jeden Fall noch mehr Eisen Das ist Äh Immer gut Oh Na So blöd Um die richtige Taste zu drücken Hm Scheint irgendwie ein Problem mit dem Text von Pack zu geben Ähm Packen wir da auch mal ein Cobblestone hin So Sollte ich wohl sehen Hm Ja Ja okay Da waren wir also schon Dann haben wir hier noch mehr Kohle Und Eisen Na Und Gravel Ohne Ende Hm Dann haben wir noch mehr Kohle 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 Okay Ach da oben Hätte ich jetzt fast übersehen Dass da oben noch Eisen gibt So Mauen wir hier ein bisschen Kohle noch ab Mensch jetzt 16 Level schon Das Leveln geht ja doch deutlich schneller als früher Muss ich schon echt sagen Ähm Achso Ja genau Da geht das lang Ähm Ging's ja nicht noch irgendwie weiter nach unten Ne Da reich ja schon Ne Ja Da ist nichts mehr gewesen Schade eigentlich Und hier Das Wasser Ähm Und Ah Jetzt hab ich natürlich gerade meine Ähm Cobblestone Taktik Komplett über Bord geworfen Ach da ist ne Fledermaus Ähm Die bringen aber nicht mal Punkte Achso Da Okay Gut Ähm Hm Oh Ich hab Hunger Sollte ich mal was essen Das Eisen müsste fertig sein Das ist auch Dann packen wir direkt mal Neue Eisen da rein Und ich glaube das reicht sogar für eine Rüstung Ups Ähm Ähm Wop Wop Bin ich mir gerade nicht sicher Sollte aber Ja doch Sieht gar nicht mal so schlecht aus Sehr gut Haben wir schon mal eine Eisenrüstung Damit sind wir auf jeden Fall Besser gewappnet Und werden nicht so schnell sterben Ich glaube das ist hier die andere Seite von dem Okay Na gut Dann gucke ich mal eben weiter Ob Irgendwo noch Äh Etwas ist Ups Was wir noch nicht erforscht haben Oh Aber die Höhle scheint mir jetzt auch nicht so groß zu sein Ja Da sind wir wieder nah an der Oberfläche Aber hier ist noch mehr Eisen Und das ist immer gut Na gut Ein Kohleblock Hätte ich mir jetzt auch sparen können Aber naja Ähm Ist es schon dunkel draußen Ja super